Textbuch, ein Kurs in Wundern, Kapitel 25, die Gerechtigkeit Gottes, Nummer 1, das Bindeglied zur Wahrheit, Seite 520 bis 522. Dass es schwierig ist, die Aufgabe auszuführen, die auszuführenden Christus dich erkoren hat, kann nicht sein, weil er es ist, der sie ausführt. Während du sie ausführst, wirst du lernen, dass der Körper bloß das Mittel zu ihrer Ausführung zu sein scheint. Denn der Geist ist seiner, deshalb muss er deiner sein. Seine Heiligkeit lenkt den Körper durch den Geist, der mit ihm eins ist. Und du bist für deinen heiligen Bruder Manifest, so wie er für dich. Hier ist die Begegnung des heiligen Christus mit sich selbst. Und keine Unterschiede werden wahrgenommen, als stünden sie zwischen den Aspekten seiner Heiligkeit, die einander begegnen, sich verbinden und ihn zu seinem Vater heben. Ganz und rein und seiner ewiglichen Liebe würdig. Wie kannst du den Christus in dir manifest machen? Außer indem du auf die Heiligkeit schaust und ihn dort siehst. Die Wahrnehmung sagt dir, dass du in dem, was du siehst, manifest bist. Erblicke den Körper, so wirst du glauben, dass du dort bist. Und jeder Körper, auf den du schaust, erinnert dich an dich, an deine Sündhaftigkeit, an das Böse in dir und vor allem an deinen Tod. Würdest du nicht den verachten, der dir das mitteilt und seinen Tod stattdessen suchen? Die Botschaft und der Bote sind eins. Und du musst deinen Bruder so sehen wie dich selbst. In seinen Körper eingerahmt, wirst du deine Sündhaftigkeit sehen, in welcher du verurteilt dastehst. In seiner Heiligkeit gefasst, verkündet der Christus in ihm, dass er du ist. Die Wahrnehmung ist eine Wahl dessen, was du sein willst, der Welt, in der du leben willst, und des Zustands, in dem du glaubst, dein Geist würde zufrieden und befriedigt sein. Sie wählt gemäß deiner Entscheidung, dass, von dem du glaubst, dort liege deine Sicherheit. Sie offenbart dich dir, wie du dich haben möchtest. Und immer ist sie deinem Zweck treu, von dem sie sich nie trennt, noch legt sie das geringste Zeugnis ab für irgendetwas, was der Zweck in deinem Geist nicht aufrecht erhält. Die Wahrnehmung ist ein Teil dessen, was zu erblicken dein Zweck ist. Denn Mittel und Zweck sind niemals getrennt. Und auf diese Weise lernst du, dass das, was scheinbar ein Leben für sich hat, keines hat. Du bist das Mittel für Gott, weder getrennt, noch mit einem Leben getrennt von seinem. Sein Leben ist in dir manifest, der du sein Sohn bist. Jeder Aspekt von ihm ist eingerahmt in Heiligkeit und in vollkommener Reinheit. In einer himmlischen und derart vollständigen Liebe, dass sie nur wünscht, alles, worauf sie schaut, zu sich selbst zu befreien. Ihr Strahlen leuchtet durch jeden Körper, auf den sie schaut und kehrt all seine Dunkelheit ans Licht, Einfach, indem sie über diese weg zum Licht schaut. Der Schleier wird gelüftet durch ihre Sanftmut und nichts versteckt, das Antlitz Christi vor seinen Betrachtern. Du und dein Bruder steht jetzt vor ihm, um ihn den Schleier beiseite ziehen zu lassen, der euch scheinbar getrennt und unabhängig voneinander hält. Da du getrennt zu sein glaubst, stellt sich dir auch der Himmel als getrennt dar. Nicht, weil er es in Wahrheit wäre, sondern damit das Bindeglied, das dir gegeben wurde, um dich der Wahrheit anzuschließen, dich durch das erreichen möge, was du verstehst. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins. Wie alle deine Brüder sich in Wahrheit als eins verbinden. Christus und sein Vater waren nie getrennt. Und Christus weilt in deinem Verstehen. In jenem Teil von dir, der seines Vaters Willen teilt. Der Heilige Geist verbindet den anderen Teil. Das winzig kleine, verrückte Verlangen, getrennt, verschieden und besonders zu sein. Mit dem Christus, um dem, was wirklich eins ist, das Einssein klar zu machen. In dieser Welt wird das nicht verstanden. Gelehrt kann es hingegen werden. Der Heilige Geist dient Christi Zweck in deinem Geist, damit das Ziel der Besonderheit dort, wo der Irrtum liegt, berichtigt werden kann. Weil sein Zweck nach wie vor sowohl mit dem Vater als auch mit dem Sohn eins ist, kennt er den Willen Gottes und das, was du wirklich willst. Nur das wird von dem Geist verstanden, der als Eins wahrgenommen wird, sich des Einsseins bewusst ist und so erfahren wird. Es ist die Funktion des Heiligen Geistes, dich zu lehren, wie dieses Einssein erfahren wird, was du tun musst, damit es erfahren werden kann und wohin du gehen solltest, um es zu tun. All das nimmt Zeit und Ort so zur Kenntnis, als stünden sie für sich. Denn solange du denkst, ein Teil von dir sei separat, ist das Konzept von einem Einssein, das als Eins verbunden ist, bedeutungslos. Es ist offensichtlich, dass ein Geist, der so gespalten ist, niemals der Lehrer eines Einsseins sein könnte, das alle Dinge in sich selbst vereint. Somit muss das sein Lehrer sein, was in diesem Geist ist und alle Dinge miteinander eint. Es muss sich jedoch der Sprache bedienen, die dieser Geist in dem Zustand verstehen kann, in welchem er zu sein glaubt. Und es muss alles Lernen dazu nutzen, die Illusionen der Wahrheit zu übertragen, indem es alle falschen Ideen dessen, was du bist, nimmt und dich jenseits von ihnen zur Wahrheit führt, die jenseits ihrer ist. Das alles lässt sich ganz einfach auf das Folgende reduzieren. Was dasselbe ist, kann nicht verschieden sein. Und das, was Eins ist, kann nicht getrennte Teile haben. Das ist, appli, beiaturgesetzes Ent storytell und Dorothek, die Bestenボquisite Toko, STARBUND pretty johli で